Merkt euch! Und jede Sekunde, die weiter dieser Krieg geführt wird, wird auf eure Rechnung im Vatikan gestellt. Die Kinder, die da sterben, sind aufgrund von Wahn von romischen Senatoren verursacht. Papi, hast du alles vergessen, deutsche Menschen zu erzählen? Ich erzähle der Menschheit auf der Erde! Merkt euch! Denn jede Sekunde, die weiter geht, wird eure Strafen, eure Therapiemethoden schöner und schöner und schöner. Versteht ihr Vatikan? Das heißt, ich möchte jetzt den Krieg beendet haben! Römische Senatoren! G7 Zöllner Parasiten! Ich möchte jetzt den Krieg beendet haben! Macron! Zöllner Parasiten! Ich möchte jetzt den Krieg in Europa beendet haben! Merkt euch, Macron! Diese Zuchtkinder, die in Deutschland gerade an Macht sind, sind in meinen Katzenfallen drin! Also, Macron! Rette deinen Arsch! Jetzt! Denn du bist eine Marionette, eine Zuchtkind! Deine Frau gibt dir! Macron! Ich kenne euch! Eure Gendefekte-Netzwerk kenne ich! Ich kenne euch!